Frau von Heidenreich, kommen Sie gerade aus dem Krankenhaus. Ich heiße Heidenberg. Ich hoffe, die war... Schließlich häng ich. Also, äh... Ich habe den Block haben. Mir fällt es nicht ein. Momentan, da klappt einfach überhaupt gar nichts mehr. Bei mir auch nicht. Auch textlich. Ich hänge. Ja. Alfons, ich weiß jetzt schon, dass mir der nächste Satz nicht einfällt. Die ist mit deinem Ex-Mann nach München gefahren. Hat sie etwas gesagt? Nein, die ist mit deinem Ex-Mann nach München gefahren. Hotel Fürstenhof. Ich habe meinen Namen vergessen. Ja, aber das war, bevor du dich bei Alicia ausgeheult hast. In der Hoffnung. Das was? Dass Tina sie sieht. Und, und... Ja, das, 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 das... Hat sie... Haben Sie eine Frau gesehen? Brunette? Stier... Hm. Das Tanznähe ist ja gut gekommen, hm? Und wie? Kann es sein, dass ich gerade nicht weiß, was ich sagen soll? Es ist der absolute Oberwahnsinn. Was jetzt? Ich habe es vergessen. Ähm, nee, der ist... Sorry, ich war gerade zu... Ich war gerade zu... Ich habe zwei Jahre gemacht. Vielen Dank.